Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Xiaomi's Tochtermarke Poco haut mal wieder richtig einen raus. Nach dem F2 Pro, was ja ganz klar in der Oberklasse angesiedelt ist, will man nun mit dem Poco X3 NFC die Mittelklasse attackieren. Für den Preis von 230 bzw. eigentlich eher 200 Euro bietet dieses Smartphone unter anderem ein 120 Hertz Display, 6 GB RAM, einen 5.160 mAh starken Akku und den neuen Qualcomm Snapdragon 732G Prozessor. Klingt auf dem Papier wieder nach einem absoluten Preis-Leistungs-Kracher. Ob es das wirklich ist, das wird der Test in ein paar Tagen zeigen. Heute wollen wir erstmal schauen, was sich alles im Lieferumfang befindet und natürlich wie mein erster Eindruck ausfällt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Auch das X3 NFC kommt in dieser typischen Poco-Verpackung, würde ich jetzt mal sagen. Die sah beim F2 Pro, glaube ich, ganz ähnlich aus. Das ist ja dieses bekannte Farbenspiel von Poco. Von Xiaomi steht hier jetzt interessanterweise nichts, bestimmt hier auf der Unterseite irgendwo. Da ist aber viel, viel interessanter, dass wir hier die Version mit 64 GB Speicher und 6 GB RAM in der Farbe Shadow Grey haben. Es gibt auch noch eine blaue Farbversion und eine Version mit 128 GB internem Speicher. Preise sind eigentlich 230 Euro für diese 64 GB Version, 250 für die 128 GB Version. Aber es gab letzte Woche schon Aktionen. Es gibt diese Woche wieder eine Aktion. Ihr bekommt das Ding im Prinzip für 200 Euro, also die 64 GB Version. Und das ist schon echt eine Ansage für das Hardware-Paket hier. Auch der Aufpreis zu 128 GB ist, wie ich finde, sehr fair. Gut, wie so oft bei den Xiaomi-Smartphones oben auf, erst mal so ein Tray, wo einiges drin zu sein scheint. SimiJack-Tool, das kennen wir. Und dann haben wir hier das ganze Papierzeug, User Guide und Warranty Card, wie sollte es auch anders sein. Interessant, dass hier auch ein Case mit geliefert wird. Ist ja auch bei den günstigeren Xiaomi-Smartphones oft der Fall. Aber wie gesagt, hier Preis-Leistung wirklich gut. Und trotzdem ist so ein Case mit dabei. Ist ein Clear Cover, relativ flexibel, aber macht jetzt keinen billigen Eindruck. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich schon deutlich schlechter gesehen. Für 200 Euro kann sich das echt sehen lassen. Dann haben wir hier das Smartphone an sich. Drauf nochmal die wichtigsten technischen Daten. Die gehen wir dann im Laufe des Videos sowieso nochmal durch. Jetzt werfen wir erstmal noch einen Blick auf den restlichen Lieferumfang. Ich bin natürlich vor allem auf das Netzteil gespannt. Hier haben wir nochmal so einen Tray und dann einfach nur USB-C Kabel. Das ist tatsächlich USB auf USB-C. Aber ihr seht es hier schon. Dieses Rot lässt uns schon erahnen, dass das Netzteil sehr, sehr schnell sein dürfte. Ich habe es ja glaube ich vorher schon gesagt. Oder 33 Watt dürften es sein. Hier auch wieder der rote Punkt. Wo steht denn? Ach ja, hier unten. Ich blende euch das Ganze hier ein. Ja genau, 33 Watt maximal dürften es sein. Damit sollte der Akku sehr, sehr schnell aufgeladen werden. Das, ich sage es jetzt nochmal, für 200 Euro ist meiner Meinung nach echt eine Ansage. Netzteil ist, ihr seht es vielleicht anhand meiner Hand oder im Vergleich zu meiner Hand, ziemlich groß, wie das halt so ist, wenn es schnelle Netzteile sind. Aber ansonsten relativ unspektakulär der Lieferumfang. Aber nochmal für 200 Euro Case und so ein schnelles Netzteil, das kann sich doch definitiv sehen lassen. So, jetzt schauen wir uns das Smartphone genauer an. Das Poco X3 NFC ist, wie gesagt, noch hier komplett in Folie. By the way, ich glaube, ich habe noch gar nichts zu dem Namen gesagt, oder? Also Poco X3 geht ja noch in Ordnung. Aber dieses NFC will man da jetzt unbedingt zeigen. Hey, anders als beim Redmi Note 9S haben wir hier NFC. Ja, also wie gesagt, Namensgebung ist ja eh bei Xiaomi so eine Sache. Da sage ich besser nichts mehr zu. Aber, wie gesagt, es geht ja um die inneren Werte in dem Fall und die scheinen zu stimmen. So, nachdem wir jetzt alle Folien und so weiter entfernt haben, wobei ich schon sehe, dass hier eine Displayschutzfolie aufgetragen wurde, widmen wir uns jetzt endlich dem Smartphone an sich. Wir beginnen wie immer mit den Abmessungen. Die haben es durchaus in sich. 166 x 77 mm, 9,4 mm ist es dünn, wiegt 215 Gramm. Das ist eine Ansage. Wie gesagt, 5160 mAh starke Akku. Ich zeige euch hier im Vergleich aber jetzt mal das Samsung Galaxy M51, was ich ja auch erst vor kurzem ausgepackt habe. Und ihr seht es schon. Also, wenn man die beiden hier so nebeneinander hält, sieht doch eigentlich alles relativ identisch aus, oder? Das Ding hier hat aber einen 7000 mAh starken Akku. Und ich habe irgendwie gehofft, dass sich das Poco X3 ein bisschen hochwertiger anfühlt. Tut es aber so jetzt vom ersten Eindruck her gar nicht mal. Okay, dann muss man hier natürlich den Preisunterschied bedenken. Das sind 160 Euro. Ich wollte euch den Vergleich trotzdem mal geben, weil ich das ja schon im M51 Video gesagt habe. Das hebt die Leistung von Samsung, in so einem Gehäuse so einen großen Akku zu verbauen, natürlich nochmal irgendwo hervor. Es geht hier aber, wie gesagt, um das Poco X3. Das hat ein 6,67 Zoll großes IPS-Display. Das ist ganz wichtig. Das löst mit 2400 x 1080 auf, macht 395 PPI. Wir haben einen Punchhole mit einer 20 Megapixel Frontkamera. Also hier jetzt keine Pop-Up-Kamera, wie das beim F2 Pro der Fall ist. Und ich würde mal sagen, relativ dünne Displayränder, wenn man den Preis bedenkt. Sogar schön dünne Displayränder. Kann sich die Vorderseite definitiv sehen lassen. Das Display, ich habe es im Anfang, glaube ich, schon erwähnt. 120 Hertz, aber es ist eben ein IPS-Panel. Ich glaube, OLED mit 120 Hertz, das hat jetzt keiner für 200 Euro erwartet. Aber selbst IPS mit 120 Hertz sind in der Preisklasse richtig, richtig geil. Und da dürfen sich, glaube ich, viele drüber freuen. Das mit der Pop-Up-Frontkamera habe ich erwähnt, weil als ich so die Abmessungen und das Gewicht gesehen habe, dachte ich mir, okay, das Ding wird halt wieder eine Pop-Up-Frontkamera haben. Hat es aber eben nicht. Trotzdem, also das F2 Pro war ja auch schon ziemlich massiv. Kann ich jetzt so nicht ganz nachvollziehen, vor allem im Vergleich zum M51. Aber gut, also wer große, schwere Smartphones mag, der dürfte hier überhaupt keine Probleme haben. Der Rahmen besteht aus Kunststoff in Hochglanzoptik. Das darunter dürfte wohl Metall sein, wenn ich das im Specsheet richtig gelesen habe. Aber die oberste Schicht, glaubt mir, das ist auf jeden Fall Kunststoff. Links finden wir den Einschub für zwei Nano-SIM-Karten. Es ist Dual-SIM-fähig. Ihr könnt alternativ aber auch den 64 oder 128 GB großen Internet-Speicher. Übrigens UFS 2.1 Speicher für 200 Euro. Ihr könnt den erweitern mit einer Micro-SD. Das ist super. Ich dachte, das Ding hat keinen Micro-SD-Slot. Hat es aber. Geile Sache. Auf der Unterseite 3,5 mm Klinkenanschluss, USB-C 2.0 Port, ein erstes Mikrofon, einer von zwei Lautsprechern. Also das Ding soll tatsächlich Stereo-Lautsprecher haben. Nochmal für 200 Euro. Geil. Bin ich sehr gespannt drauf. Auf der rechten Seite dann der Power-Button. In denen gleichzeitig auch der Fingerabdrucksensor integriert wurde. So wie die lauter Leise-Wippe. Wirkt alles gut platziert und verarbeitet. Und auf der Oberseite haben wir dann noch. Ach, tatsächlich. Das sieht aus wie ein Infrarot-Port. Und dann noch ein weiteres Mikrofon. Das Smartphone ist IP53 zertifiziert. Also, was ist das? Ich glaube, Spritzwasser geschützt müsste das dann sein. Es ist nicht gegen das Einträgen von Wasser geschützt. Aber wie gesagt, gegen das Einträgen von Staub und von Spritzwasser. Das ist ja schon mal was für 200 Euro. Kommen wir zur Rückseite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich mir, was soll das denn sein? Jetzt, wo ich es in echt sehe, bin ich doch positiv überrascht. Das scheint hier auch, bin ich mir ziemlich sicher, Kunststoff in Hochglanzoptik zu sein. Ist natürlich anfällig für Fingerabdrücke. Aber hier jetzt wieder der Vergleich zu Samsung. Da gefällt mir das hier trotzdem besser, weil es irgendwie ein bisschen massiver wirkt. Daher vermutlich auch das höhere Gewicht. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also diese Musterung, ihr seht das hier ja, glaube ich, auch das Kamera-Layout ist sehr eigen. Aber ich finde es ganz ehrlich ganz schick. Diesen fetten Poco-Schriftzug hätte ich hier jetzt nicht gebraucht. Das sind wie diese T-Shirts, Hoodies und so weiter mit den fetten Adidas und Nike-Logos. Gab mal eine Zeit, wo ich das auch gern mochte. Aktuell eher nicht so. Ist Geschmackssache, aber ich bin jetzt positiv überrascht. Hätte mir das auf den Bildern schlimmer vorgestellt, schaut euch das auf jeden Fall mal in echt an, falls es euch auf den Bildern irgendwie stört. Herzstück hier auf der Rückseite natürlich die Kamera. Es sind insgesamt vier Sensoren. Wir haben eine 64-Megapixel-Hauptkamera, eine 13-Megapixel-Weitwinkelkamera, eine 2-Megapixel-Makrolinse und eine 2-Megapixel-Kamera für Tiefenschärfe-Infos. Ich hoffe stark, dass hier die gleiche Hauptkamera verbaut wurde wie im Xiaomi Mi Note 10 Lite. Auf dem Papier sieht es so aus und dann hätten wir hier eine klasse Hauptkamera für 200 Euro. Werde ich natürlich ausprobieren. Generell, was ich vorher noch sagen wollte, die Rückseite ist natürlich jetzt nicht die hochwertigste, aber für das Gesamtpaket für 200 Euro sehe ich da gerne drüber hinweg, weil wie gesagt, dafür hat man hier halt echt eine klasse Hardware. Akku habe ich jetzt glaube ich schon mehrmals erwähnt. Er hat eine Kapazität von 5.160 mAh und unterstützt 33 Watt Fast Charging. Kein Wireless Charging, aber mit 33 Watt sollte der Akku sehr schnell vollgeladen werden. Deutlich schneller als hier dieser 7.000 mAh starke Akku bei Samsung, wo wir nur 25 Watt Fast Charging haben. So, wir schalten das gute Stück ein. Während des Hochwert gebe ich euch noch die restlichen technischen Daten durch. Plattform ist hier natürlich noch Android 10 mit Xiaomi's MIUI, mittlerweile in der Version 12. Drüber ist der Poco Launcher, aber die Unterschiede halten sich da in Grenzen. Interessant, wie gesagt, der Prozessor, das ist der brandneue Qualcomm Snapdragon 732G, ein Octa-Core mit maximal 2,3 GHz. Da bin ich schon sehr gespannt, wie der sich schlagen wird. Ich gehe aber mal vom Besten aus, der Vorgängerprozessor war ja klasse und dazu gibt es in dem Fall dann noch 6 GB RAM, hatten wir glaube ich auch schon mal. Hier jetzt auch nochmal der Vergleich, was die Displayränder angeht. Im Vergleich zum M51 seht ihr alles relativ ähnlich, aber das M51 hat halt minimal dünnere Ränder, aber ganz ehrlich, also für, habe ich jetzt wahrscheinlich schon 100 Mal in diesem Video gesagt, aber für 200 Euro geht das doch vollkommen klar. Ja, ich bin gespannt auf dieses Gerät. Erster Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Klar, was die Haptik angeht, könnte mehr gehen. Es ist ein bisschen schwer, es ist ein bisschen dick, aber ich sage es nochmal, diese Ausstattung für 200 Euro, da freue ich mich jetzt echt schon auf den Test. Lasst mich unbedingt wissen, was euch da interessieren würde, worauf ich den Fokus legen sollte, womit ich es eventuell auch vergleichen sollte. Viele haben unter dem M51 Unboxing danach gefragt, nach einem Vergleich zum Poco X3, obwohl die beiden sich preislich natürlich deutlich unterscheiden. Deshalb habe ich das hier so oft mit reingebracht, aber vielleicht fällt euch ja auch noch was anderes ein. Generell würde mich interessieren, was ihr von diesem Smartphone hier haltet. Lasst mich das wie gesagt gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.